Franziskanische Zusammenhalt, Freundschaft, aber auch die Förderung sowohl der künstlerischen, bieter-technischen Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt. Folgen Sie uns und unseren Schülern durch einen kleinen Rundgang durch diese Schule. Hallo, wir sind Anni und Leonie und wir gehen jetzt in die sechste Klasse und sind seit einem Jahr auf dieser Schulbahn. Es ist richtig schön hier und wir wollen euch jetzt einen kleinen Einblick in die Schule zeigen. Musik Musik Ich bin hier in der Schule Chemielehrer und Religionslehrer und bin zuständig für den IT-Bereich und für den naturwissenschaftlichen Bereich. Und somit sind wir gerade auf einem Weg, dass wir in naher Zukunft unsere komplette Schülerschaft und auch alle Lehrer mit entsprechenden Tablets, in unserem Fall iPads, ausgestattet haben. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Frau Hampel vom Fachbereich Kunst. Wir haben eine tolle Ausstattung, zwei große Kunsträume, ein Medienraum mit Fachbibliothek, ein Plastikatelier mit Tonofen und einen Werkraum. Und wir haben auch viele besondere Angebote. Wir haben regelmäßige LKs mit Kursfahrten. Wir haben museumspädagogische Projekte, zum Beispiel Museumsbesuche der Klasse 5 oder auch die besondere Lernleistung, die häufig von Schülern im Museum in Lisbon ausgestellt wird. So, das ist unsere Schulbücherei. Und ja, die erstellen die Schüler auch selber. Und es gibt richtig coole Bücher für alle hier. Man kann da jede große Pause hingehen und es ist richtig cool hier. Also, mir persönlich gefällt es richtig gut. Ich gehe auch fast jede Pause hin und lese hier was. Und es gibt auch so einen Lesewettbewerb, da kann man ja auch mitmachen. Und ja, jetzt müssen wir zum Sportunterricht. Musik Musik Ah, jetzt los. Musik My dearest people, I'm thanking each and every one of you from the bottom of my heart for your generous patience. Bei uns spielt das Leben die Hauptrolle, das Leben, Gott und die Welt. Und es gibt echt nichts Spannenderes. Ja, jetzt ist die kleine Rundführung fertig und jetzt müssen wir gleich auch schon zum Schulbus und wir freuen uns auf euch. Tschüss! Tschüss! Musik 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 Musik